Und hier ist die Mannschaft im zweiten Borussia Dortmund! Die sind jetzt hier eigentlich Favorit. Normalerweise anhand unserer letzten Partien muss man eigentlich fast sagen wir. Aber Dortmund ist eben auch Tabellenzweiter, die spielen hier zu Hause. Und normalerweise kann man so ein Spiel natürlich auch vor dieser Kulisse gewinnen. Und sie wollen natürlich auch die Bayern nicht davonziehen lassen. Aber das ist ganz wichtig jetzt in der Phase. Wie gesagt, von uns ist der Spieltag. Und die nehmen hier auch gleich das Heft des Handelns in die Hand, haben die ersten Möglichkeiten. Steven Zama hat den eigenen Mann angeschossen, gibt jetzt die Ecke davor auch schon eine große Chance, wo ich jetzt nicht gerade weiß, was da passiert ist. Eckball, nee. Einwurfproblem. Dankbarer Ball für den Torwart, Jonas Klein. Gebt nochmal Ecke. Ich hoffe, wir können es ablegen, diese Anfälligkeit. Sami Khedira, der Rückkehrer nach Deutschland. Konzentration schmeiße ich mal rein. Erste 5 Minuten vorbei und du hast schon das Gefühl, ich spiele eine Viertelstunde bei den vielen Texten, die wir da sehen. Überwiegend flache Flanken. Ja, hoch ist eben bei diesen Abwehrspielern. Ich kann euch das gerade nochmal zeigen. Hummels, Subotic. Das Mittel ist natürlich da schon richtig gewählt mit den flachen Flanken. Und wieder die nächste Aktion von Jonas Klein. Tolle Arbeit hier in der Situation. Simon Zoller aus 12 Metern. Vorher bei Kampf und Schmelzer. Über die linke Seite. Das heißt, ja, das ist Steffen Langs Geschichte. Da muss er besser aufpassen. Simon Zoller wieder beteiligt. Engelke. Das ist ein taktisches Foul. Ja, da steht es auch. Trikot gepackt und somit den Angriff unterbunden und müssen jetzt leider Gottes mal rein. Und müssen ihn hier da so ein bisschen unterbinden, dass er da tackled. Also das wird noch ein heißer Tanz hier gegen Borussia Dortmund. Auf alle Fälle. Jetzt scheint es ein bisschen abgeebbt zu sein. Der erste Ansturm der Borussen. Aber vielleicht auch nur die Ruhe vor dem Sturm. Keine Ahnung. Ich wäre auf jeden Fall froh, wenn wir ihm auch mal eine Chance haben würden. Nur Dortmund. Nächste Situation. Gute Chance. Khedira bedient Arnold. Und der lupft den Ball über Kleinweg. 1,96 ist der groß. Hat nichts gebracht. Der Mann, den sie vom FC Chelsea zurückgeholt haben nach Deutschland. Und ich hasse diese Statistiken. 335 Minuten treffen die nicht. Und wir sind mal wieder Aufbauhilfe. Aber wir haben die erste Chance. Oh, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Wahnsinn. Stendera aus zentraler Position. Maßgenau Pass auf Timo Werner. Weidenfeller kommt nicht hin. Der Timo spitzt den Ball vorbei. Rechter Innenpfosten. Dann in den Linken. Dann ins Tor. So mehr Glück kann man eigentlich gar nicht haben. Also was soll ich jetzt hier sagen? Super. Meine Fresse. Das ist Wahnsinn hier. Das ist Wahnsinn. Du machst überhaupt nichts. Eine halbe Stunde lang guckst du nur zu. Also wir haben im Prinzip eigentlich nicht viel mehr gemacht als die Zuschauer auf der Tribüne. Und dann bekommen wir am Ende eine Möglichkeit. Und dann nutzen wir die auch noch. Das ist echt eine Frechheit. Ich bin hier gerade so ein bisschen beschämt. Hundertprozentige. 43. Vollhand. Auf der linken Seite hat Freie Bahn. Timo kommt frei zum Abschluss. Weidenfeller hält den. Also hier nicht der komplett unverdiente Führungstreffer für unsere Mannschaft. Wir gehen mit einem 1 zu 1 rein. Jetzt nach dem 1 zu 1 hätte ich gesagt schmeichelhaft. Jetzt nicht mehr unbedingt. Weil wir diese Hundertprozentige noch hatten. Die unsere Jungs normalerweise auch verwerten. Normalerweise. Das ist schon normal. Stärke 881. Ist natürlich auch ein Argument dafür, was ich vorhin gesagt habe. In Richtung Favoritenrolle. Weil das sind wir besser. Das sind wir besser, Mama und Schan, als Dortmund. Seid wachsam. Ich habe vor dem Spiel gesagt, wir werden ihnen das Leben schwer machen. Gut. Erste 30 Minuten Fail. Letzte 5 Minuten Check. So ungefähr. Und die Zeit, die dazwischen liegt, kann man es nicht wirklich sagen. Ja, das hier weiß ich jetzt nicht. Also wenn wir den Schwung mitnehmen können in die zweite Halbzeit, die wir jetzt am Ende hatten. Dann könnte es sein, dass wir gewinnen. Aber ich nehme doch lieber Seid wachsam. Weil wir müssen eben auch daran denken, wo wir unter der Woche spielen. Das ist ganz, ganz wichtig. In Liverpool. Das Rückspiel des Achtelfinals der Europa League. Schauen wir mal auf die Spielergespräche. Ja, den Jonas, den kann ich loben. Am Tor konnte er nichts machen. Sama müssen wir motivieren. Der heute deutlich schlechter spielt als Lukas Engelke. Das war ja in den vergangenen Wochen immer komplett andersrum. Auch wenn natürlich das Spiel von Engelke jetzt unter der Woche gegen Liverpool sehr gut war. Timo 2,5. Lieber nicht. Dann haben wir noch mit Engelke die gleiche Note. Jung als Abwehrspieler. Hat alles funktioniert. Sogar bei drei Jungs das Selbstvertrauen erhöht. Wir haben alles auf hoch. Also spitzenmäßig. Wir sind bei der Stimmung top. Wir haben beim Teamwork immer noch hellgrün. Ich habe eigentlich kaum was zu meckern. Wenn diese erste halbe Stunde nicht gewesen wäre. Aber sie ist Stand jetzt sehr, sehr gut ausgebügelt worden. Haben wir alles erledigt. Ich glaube, wir gehen mit ein bisschen mehr Einsatz jetzt rein in die zweite Halbzeit. Hier, das lassen wir. Wir spielen auswärts. Flügel. Man könnte ihm jetzt sozusagen freies Geleit hier geben. Ich will noch ein bisschen warten. Ich will noch ein bisschen warten. Ob, wie gesagt, der Schwung jetzt verebbt oder ob er mit in die zweite Halbzeit kommt. Dann wissen wir mehr. Dann können wir das immer noch ändern. Und natürlich haben wir noch ein paar Spieler auf der Bank, die sich hier anbieten würden. Mr. 92. Natürlich Jochen Seitz. Der Mann mit den 92er-Tor-Riecher. Möglicherweise für Pausen, der nur eine 4 hat. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Konzentration jetzt. Und das ist natürlich jetzt von Pausen Ausrufezeichen. Gleich erst mal Mats Hummels, ein Mann von 1 in den 90, im Gesicht zu treffen, ist es natürlich schon eine Hausnummer. Und da muss man sich für anstrengen. Also da könnte auch durchaus auch Turner sein, um das zu bewerkstelligen. Riesenchance in Dortmund. Konterschance oder? Ja, tatsächlich eine Konterschance. 5 gegen 3. Das kann man normalerweise nicht vermasseln. Yusuf, komm, mach's. Gegen Weidenfeller. Querpass zu Werner. Ja, mach doch. Also wir haben einen Stürmer, der aus 0 Chancen eine Masse 2 Tore macht. Und jetzt schießt der den Ball daneben. Hätte Pausen den selber probiert. Aber wer weiß es denn? Wer weiß es denn? Das war natürlich jetzt ein Bärendienst für die Mannschaft. Er versucht es sofort wieder auszubügeln. Weiter so, Leute. Jetzt kommt Dortmund. Mit einer kleinen Chance. Gutes Passspiel von Borussia Dortmund. Was passiert hier? Großkreuz gegen Engelke. Verliert den Ball. Also erstmal wieder das Ganze bereinigt. Ich bring jetzt aber auch den Jochen Seitz rein. Nächste kleine Möglichkeit für Dortmund. Jung hindert Khedira am Flanken. Klärt zum Eckball. Engelke mit einer 1,5. Das ist wahnsinnig gut heute. Mit der gelben Karte. Das darf man auch nicht vergessen. Also der ist ja in seinem Drang ein bisschen gebremst. Könnte einen Kämpfeinsätzen für Samar. Ja. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass selbst wenn er ein Abwehrspieler mal keinen guten Tag hat. Die Jungs sind jetzt eingespielt über die letzten Wochen. Samar Engelke als Innenverteidiger-Duo. Gelbe Karte Schmelzer. Fehler von Stindl. Schmelzer muss dazwischen. Gegen Jochen Seitz. Und ich denke, die ist er noch verdient. Aber ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Kempf ist ja auch jetzt kein Nasenbohrer. Der weiß auch, wie es geht. Sehr schnapp. Er wird ein bisschen müde. Da könnten wir sagen, Vassiljevic. Aber ich hab nur noch einen Wechsel. Ich hab noch einen Wechsel. Und es ist noch eine halbe Stunde zu spielen. Jetzt haben wir die nächste gute Chance hier. Flach und mit ordentlich Power. Genau das hab ich eben gesagt. Nabri eine Flanke nach innen. Werner ist da. Nimmt den Ball aus der Luft. Weidenfeller reißt die Fäuste hoch. Lenkt das Leder über die Latte. Super Aktion. Wirklich von beiden, muss man sagen. Oder auch von dreien. Also auch von Nabri, die Flanke da reinkloppt. Eckball von Geis. Überhaupt, der ist die erste. Lieber in dem Spiel. Das hab ich noch ein Frosch im Hals. Ich kann mich entschuldigen für. So, aufgepasst. Dortmund kommt. Maxi Arnold. Aus dem Halbfeld in den Strafraum. Dortmund hatte zuletzt keine Großchance mehr. Also das plätschert jetzt alles so ein bisschen raus. Für die Schwarz-Gerben. Deswegen, wir gehen nochmal drauf. Um sofort hier den Ball zu sichern. Sind knappe 20 Punkte besser. Schlechte Sicht im Signal Iduna Park. 70 Minuten vorbei. RB Leipzig kommt. Ist aber auch nur eine kleine. Steffen Lang diesmal mit nach vorne. Weidenfeller passt auf vor unserem 2,90er. Die offensalte kommt da nicht mehr dran. Jetzt wechseln die Dortmunder aus. Jeremy Ducak. Für Marcel Schmelzer. Das ist jetzt die linke Seite. Der hat mit 73. Ist natürlich jetzt schon der schwächste Verteidiger hinten. Aber auch der frischeste. Aber auch der frischeste. Napri Volland. Die beiden außen. Ich muss gerade ein bisschen überlegen. Der Volland ist natürlich ein Mann für die Standards. Napri spielt aber besser. Und holt sich jetzt auch hier den Ball. Ich denke, wir werden dann Kevin Volland rausnehmen. Sokratis kommt für Hummels. Ich glaube, das ist auch wenig Gallifelsverlust. Sind ja beides WM-Fahrer. Sokratis für Griechenland. Auch einer der Besseren, würde ich mal sagen, in seiner Mannschaft. Hat ja auch die überhaupt, glaube ich, erst ins Achtelfinale geschossen. Mit dem späten Tor, das er gemacht hat. Zehn Minuten haben wir noch. Was passiert hier? Wir können nochmal drauf gehen. Dortmund. Kleine Chance. Konter über Arnold. Pass kommt zu Schürrle. Flank nach innen. Kempf hat aufgepasst. Vor Simon Zoller. Das ist wahnsinnig spannend. Hier haben wir nochmal die Statistiken für euch. Sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Wir hatten eine Großchance mehr. Dortmund insgesamt mehr kleine Möglichkeiten. Insgesamt auch mehr Möglichkeiten. Geiss klärt nach Ecke von Stindl gegen Arnold. Pierre-Emerick Aubameyang führt Zoller. Und der ist schnell. Der ist schnell. Deswegen wir den packen uns jetzt hier. Ne, packen wir nicht. Ich will ja davon abrücken. Ich will ja davon abrücken, dass wir diese dusselige Mandegünder immer einschalten. Flanke von Vasiljevic. Roman Weidenfeller. Was macht er denn? Und er läuft den Ball. Subotic steht dahinter. Und geht hier auf Nummer sicher. Klärt zur Ecke. Und die können wir gleich ausführen. Natürlich muss das jetzt alles Geiss machen, weil Kevin Vorland draußen ist. So, in Ansätzen nehmen wir das komplett hoch. Und versuchen eventuell noch was zu machen. Geiss bringt das Ding rein. Seitz aus 6 Metern. Weidenfeller bleibt stehen. Und die kassieren hier das Tor. Dortmund nach Führung. Jetzt 5 Minuten vor dem Ende liegen sie hinten. Wahnsinn. Da hat er wieder aufgepasst. Da hat er einfach wieder aufgepasst, Jochen Seitz. Super Geschichte. 1,5. Der Timo, den hat es anscheinend gelähmt. Das machen wir hinten dicht. Gelbe Karte Kämpfer sind, muss sicher, taktisch gewesen sein. Ich nehme wieder mal das Allsatz gehasste, aber in dem Sinne, glaube ich, sinnvolle Zeitspielereien. Aber es war ein grobes Foul. Bodycheck am Mann aus Gabun, an Aubameyang. Zwei Minuten Nachspielzeit. Was machen wir noch? Wir müssen ja nichts mehr. Und genauso ist es auch. Dortmund verliert am 25. Spieltag gegen RB Leipzig. Also das Spitzenspiel ist entschieden. Wir machen ganz, ganz wichtige drei Punkte. Und ich hätte es ehrlich gesagt nicht erwartet, weil die erste Halbzeit mit Abstrichen der letzten fünf vielleicht höchstens zehn Minuten, wenn man wirklich gut will, da reinbringen. Das war überhaupt nicht würdig an der Spitzenmannschaft. Mann, 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 aber sie haben mich nie gestraft. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Bis gleich. Leute, es läuft. Dortmund, Leipzig, 1 zu 2. 25. Spieltag. Also die Zielgerade, da sind wir noch nicht. Wir können sie auch noch nicht sehen, die Zielflagge. Aber man redet ja immer gerne von Spitzenspielen, die dann auch wirklich den Charakter der letzten Spiele vorzeichnen. Und ich glaube, das könnte heute so eins gewesen sein. Dortmund, Tabellenplatz 2. Ich habe es ja vorher noch erwähnt mit Blick nach oben. Bayern München, Tabellenführer. Da möchte man natürlich am liebsten noch angreifen. Aber den haben wir heute mit ordentlichen Strich da durch die Richtung gemacht. Und es ist vielleicht manchmal besser, wenn du mit nicht so hohen Erwartungen reingehst. Ich durfte nicht vergessen, das war ein Auswärtsspiel. Und obwohl wir in eine sehr, sehr gute Form hatten, wir haben ja schon gesehen, wie schwer wir uns getan haben auswärts. Auch gegen kleine Mannschaften. Aber ich glaube, das haben die Jungs vom Kopf her sehr gut drin. Ist scheißegal, ob da jetzt ein Liverpool-Match kommt in drei Tagen. Da kann man vielleicht jetzt dran denken. Und innerlich, ich habe es ja auch gemacht. Ein bisschen. Aber die Jungs müssen das irgendwo ausblenden. Und jetzt können wir uns wirklich volle Leute darauf konzentrieren, wie wir da ins Rückspiel gehen. Denn wir haben das gemacht. Mehr geht nicht. Drei Punkte aus Dortmund entführt. Wir werden ihnen das Leben schwer machen, das haben wir definitiv getan. Wachsam geblieben sind sie auch. Sie haben nicht nur den Punkt gerettet, der Stand zu der Zeit für uns eingeplant war. Sondern sie haben das ganze Ding noch verdreifacht. Und mal schauen, wie Bayern gespielt hat. Das müssen wir natürlich jetzt abwarten, ob wir da oben noch eine Möglichkeit haben. Weil die hatten schon Vorsprung. Das waren ja sechs Punkte. Das sind zwei Spiele. Und das Torfernus war auch besser. Also das heißt, wir haben im Prinzip sieben Punkte Rückstand aufzuholen. Aber das muss ja auch das Ziel nicht unbedingt sein. Also wer hat ja davon gesprochen, dass wir Meister werden. Jetzt noch nicht. In zwei, drei Jahren. Es klingt wieder sehr, sehr defensiv. Aber nehmen wir mal zwei Jahre. Oder vielleicht schon nächstes Jahr. Vielleicht mit einem Fragezeichen im Kleinen, dass wir da uns soweit wähnen. Dass wir da wirklich auf Augenhöhe sind mit den beiden. Vielleicht war es heute schon so ein kleiner Fingerzeig. Jochen Seitz mit einer Eins. Man of the Match. Würde ich sagen. Könnte auch sein, dass der in der Elft des Tages dabei ist. Ja, der arme Jusuf Paulsen. Der ist alleine vor Weidenfeller. Kann das Tor machen. Kann der Held sein, der in diesem Fall dann den Führungstreffer macht. Beziehungsweise den Siegtreffer. Legt rüber. Uneigennützig zu Timo Werner. Der normal als im Handstein die Dinger so reinmachen würde. Und den schießt er daneben. Das sind dann halt so Sachen. Das passiert vielleicht einmal im Jahr. Und das ist ihm heute passiert. Gott sei Dank für uns hat es keine Konsequenzen gehabt. Denn wir haben nachher das Tor ja noch gemacht. Schöne Leistung muss man auch sagen von Engelke. Mit einer gelben Karte wirklich über drei Viertel des Spiels. Da aufzupassen gegen Kaliber, Zoller, Arnold, Schürrle und Konsorten. Es sind jetzt nicht die altgroßen Namen. Also das ist natürlich auch immer wieder gesagt. Ein Lewandowski ist natürlich nicht mehr da. Wir haben kein Götze mehr drin. Wir haben kein Reus mehr drin. Also das merkt man dann schon. Aber das sind trotzdem alles keine schlechten Spieler da vorne. Und die sind eingespielt. Sind nicht umsonst da oben mit Bayern im Zweikampf gewesen. Und wir haben die wirklich besiegt. Und wir haben auch mit Abstrichen, ich würde sagen, Sama hinten in der Abwehr eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Jung 3,5. Lang 3. Dann haben wir nur ein 2,5 für den Jonas. Also das passt schon. Da musst du wirklich nicht meckern. Und ja, Kämpf. Gelbe Karte 3,5. Er kam mir jetzt sicherer vor, als das die Note hier aussagt. Auch der ganz wichtige Einsatz, als er zur Ecke klärt. Und da stand es ja, glaube ich, 2,1 oder da stand es nur 1,1. Weiß ich nicht mehr. Aber das kann auch ein Spiel nach Weißlich natürlich beeinflussen. Hat es nicht getan. Also Dortmund muss hier Wunden lecken. Und wir können, ja, ein bisschen feiern können wir. Aber, ne, das würde ich den Jungs natürlich auch nicht verübeln. Das ist Quatsch, was hier steht. Das ist echt Käse. Aber vom Ball bis jetzt stimmt es schon. Ganz kurz haben wir das eben noch gesehen, während dem Spiel, als ich mal drauf geguckt hatte. Wir hatten 70% Ball bis jetzt in der zweiten Halbzeit. In Dortmund wohl gemerkt. Ne, vor 85.000. Wo, ich schätze mal, ja, gut, wir sehen es ja hier. Ähm, fast 4.000 von uns. Also dann knappe 82.500 hier. Die natürlich da nicht unbedingt glücklich sind. Und gegen dieses ganze Gebilde eben dann die Schreien und Machen und Tun, dann so cool zu sein. Das muss dann wirklich schon mal erwähnt werden. Und es kann nicht schlimmer werden. Also selbst die Jungs in Liverpool, ne, das ist, das Stadion ist halb so groß. Ungefähr. Aber die machen natürlich auch ordentlich Lärm. Aber die Jungs können damit umgehen. Die können damit umgehen. Das wäre noch vor ein paar Jahren, ein, zwei Jahren, wäre das noch undenkbar gewesen. Wo dann viele Jungs dann erst 18 wären. 18, 19, so in dem Alter. So, da haben wir die Ergebnisse. Bayern unentschieden gegen Leverkusen. Mit einem 0 zu 0. Also sehr, sehr lahmes Spiel. Denkt man ja immer vom Ergebnis. Ne, 0, 0. Aber ist uns wurscht. Ist uns wurscht. Also wir haben jetzt vier Punkte. Nur noch Rückstand. Dortmund erstmal distanziert auf dem dritten Platz. Mit drei Punkten hinter uns. Torfjord ist natürlich immer noch ein bisschen besser bei denen. Also das heißt, wenn wir jetzt verlieren und die gewinnen, dann haben wir das Ganze wieder umgedreht. Schalke gewinnt, genauso wie Frankfurt, also die Verfolger auf 4 und 5. Diesmal keine Federn gelassen. Schalke Pflichtsieg in Ingolstadt. Und die Eintracht mit einem 2 zu 1 knappes Ding im Duell gegen Wolfsburg haben sich da durchgesetzt. Das war auch schon der Halbzeitstand. Ganz unten. Ja, was soll man sagen? Was soll man sagen? Also Hamburg hat sich berappelt. Definitiv. Also die haben jetzt aus fünf Spielen vier gewonnen, zwölf Punkte geholt. Haben jetzt 26. Es sind natürlich nicht lange nicht raus. Weil Kaiserslautern, auch wenn die heute wieder verlieren, 0 zu 3 gegen Hannover zu Hause. Es sind fünf Punkte Abstand auf Platz 16 für Hamburg. Und selbst Hannover, würde ich sagen, mit ein bisschen Blöden dazutun, könnte da noch wieder reinrutschen. Obwohl natürlich heute das schon eine klasse Leistung war von denen. Da in Kaiserslautern zu gewinnen am Betzenberg. In der Phase. Weil es hätte auch anders aussehen können. Dann hätte nämlich Hannover 25 Punkte gehabt. Und Kaiserslautern beim eigenen Sieg hätte 24. Dann wären sie dicke drin gewesen. Hier im Schlamassel. Und ja, die beiden anderen Mannschaften sieht schon nicht mehr gerade so schön aus. Nürnberg verliert gegen Berlin. Mit 0 zu 1 zu Hause. Haben jetzt schon sechs Punkte Rückstand auf die Relegation. Und St. Pauli, da muss man nichts mehr zu sagen. Auch wenn das heute keine schlechte Leistung gewesen sein muss. Mit einem 1 zu 2 gegen Stuttgart. Vor allem Halbzeitführung gegen verunsicherte Stuttgarter. Aber auch da das Spiel verloren. Und viele Möglichkeiten gibt es dann eben nicht mehr. Und dann nützt das am Ende auch nichts, wenn du meinst. Oder wenn du glaubst, ja die Jungs, die sind jetzt so weit. Die haben sich jetzt an die Liga gewöhnt. Die können jetzt mithalten. Das sieht man ja. Wenn man eine Halbzeit beendet mit 1 zu 0 Führung. Dann fehlt es halt eben letztlich doch dann irgendwo das über die Runden zu bringen. Jetzt spielen sie gegen uns. Also wir haben am 26. Spieltag das Heimrecht gegen die Paulianer. Das heißt dann 2 gegen 18. 56 Punkte gegen 9. Die haben 2 Siege da unentschieden. 18 Tore erst geschossen. Das ist natürlich lang. Das reicht einfach nicht für die Liga. Das reicht einfach nicht. Die müssten jetzt schon komplett verändert da die letzten 8, 9 Spiele auftreten. Überhaupt eine Chance zu haben. Die müssen 12 Punkte aufholen. Auf Kaiserslautern. Das sind 4 Spiele. Dann sind wir schon am 29. So, da haben wir die 2. Bundesliga am 25. Spieltag. Also oben unisono gewonnen. Die ersten 7 Plätze. Und deswegen logischerweise es tut sich da auch nichts. Es ging höchstens über das Torverhältnis. Aber da sind auch jetzt kaum Mannschaften so eng zusammen. Vielleicht höchstens Augsburg und Wienwiesbaden. Aber da geht es sehr wenig. Es hat sich insgesamt überhaupt nichts getan hier. Jetzt muss ich natürlich überlegen. Ist es vielleicht der Spieltag von letztem Mal? Da hatten wir ein 5 zu 1 Hoffenheim. Ich meine aber, der wäre neu, der Spieltag. 2 zu 0 Freiburg gegen Cottbus. Und Hoffenheim 3 zu 0 gegen Mainz. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube schon. Könnt ihr nochmal kurz drüber gucken. Also oben ist auch schon für die ersten beiden natürlich sehr viel entschieden. Noch nichts Endgültiges. Aber eine Vorentscheidung mit Sicherheit. Union sieht auch sehr gut aus. 5 Punkte Vorsprung. Und unten die 4 Mannschaften können auch noch die Mannschaften ab Platz. Ja, ich würde sagen 13 damit reinziehen. Die dritte Liga. Und damit gucken wir natürlich auf die SG Wattenscheid 0-9. Die hier 0-0 Spiel entführt. Und ich denke mal, haben wir das schon gesehen? Haben wir das schon gesehen? Oder die hatten doch gegen die kleinen Bayern gewonnen, oder was? Ne, das waren die Stuttgarter Kickers. Genau, die hatten gegen die kleinen Bayern gewonnen. Die verlieren heute. Also ist es ein neuer Spieltag. 3-0 in Rostock. Das waren ja nur Siege für die Stuttgarter Kickers. Von 4 auf 6 jetzt wieder runtergefallen. Ist aber noch nichts entschieden hier. Überhaupt nicht. Weil die können wir wie gesagt nicht zählen. Chemnitz hat jetzt den imaginären dritten Platz. Aus einer Brücke 4. Und die Kickers dann auf der 5. Und dann kommt schon Rostock. Dann kommt schon Rostock. 13 aus 15 möglichen Punkten zuletzt. Muss man auch auf der Rechnung haben. Absolut. Und jetzt, ja, wie jeden Spieltag, der bange Blick auf die Reserve. Wenn sie gespielt haben. Wenn sie gespielt haben. Das werden wir jetzt sehen. Sie gewinnen das Derby gegen Lock Leipzig. Und sind damit Tabellenführer. Also wir müssen uns ganz, ganz, ganz arg bedanken bei der zweiten Mannschaft. Der Hertha, die hier 2-1 gewinnen. Gegen die Potsdamer. Und haben zur Halbzeit 1-0 geführt. Ich weiß nicht, wie es dann ausgegangen ist. Können wir das hier mal kurz anklicken? Ja, haben es 2-0 gemacht. Nico Perey. Und dann Kai Druschki, der 53. Das war eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt hier, 53. Da war noch allerhand Zeit. Allerhand Zeit noch gewesen. Aber die hatten es auch überhaupt nicht im Griff hier. Die Babelsberger. Das war Glück, der Ausgleich. Das war nämlich die einzige Chance, die sie aufs Tor gebracht haben. Das war natürlich dann zu wenig. 40% Ballbesitz nur. Gott sei Dank. Jetzt haben sie, ja, sieben Spieltage vor Schluss. Haben sie jetzt die Punkte Vorsprung. Und die 3, die natürlich am Ende goldwert sein können. Und jetzt müssen wir gegen die Berliner AK 07 spielen. 28 Punkte, Tabellenplatz 9. Und die Babelsberger wieder auswärts gegen Halberstadt. Das ist super. Die nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Es wäre natürlich Wahnsinn, wenn die Unentschieden spielen würden. Oder wenn Halberstadt gewinnt. Das wäre klasse. Wir müssen natürlich auch auf Erfolg gucken, weil die sind auch nur einen Punkt hinter den Babelsberger. Die heute 1-0 gewinnen gegen Rathenow. Ganz, ganz knappes Spiel. Aber sowas muss man denen auch mal rüberbringen. Ne, das war ein super Spieltag für uns. Genial. Muss man einfach sagen. Erste Mannschaft, zweite Mannschaft. Ein Traum, würde ich sagen. Der Präsident von Dortmund quatscht irgendwas von Profil-Norotikern. Ja, das könnte auch der Klopp gesagt haben, wenn ich mir das mal so durchlese hier. Leistungssport spielt sich zwischen den Ohren ab. Ja, der Kopf. Das Ding in da oben, was normalerweise bei Menschen wirkelt. Und wo sich irgendwelche Windungen abspielen. Bei den meisten Menschen positive, bei einer kleinen Prozentzahl leider Gottes negative. Deswegen gibt es auch so viel Elend auf der Welt. Und bei unseren Jungs, bei unseren, ich weiß nicht, 23, 24, die wir im Kader haben, da läuft es alles momentan sehr, sehr gut. Und ja, ich meine, es ist klar, wenn du Spiele gewinnst, wenn du Punkte holst, wenn es Selbstvertrauen da ist, dann trägt dich dann einfach diese Wolke. Und diese Welle. Und die Fans tun natürlich ihr Übriges. Ich denke mal gegen St. Pauli, auch wenn das jetzt nicht das große Kracher-Spiel ist, ich bin mir sicher, dass das Ding voll ist. Weil RB Leipzig ist wirklich kurz davor, hier um die Meisterschaft mitzuspielen. Wir haben das ja in der ersten Bundesliga-Saison schon gesehen. Dass wir auch zwei waren, Pizemeister geworden sind. Aber damals hatten wir mit der Meisterschaft noch nichts zu tun. Also das war dann wirklich eine große Kluft nach oben, so wie ich das in Erinnerung habe. Dass wir zwar Zweiter waren, aber das eigentlich mehr war, als wir spielerisch drauf hatten. Also wir hätten eigentlich normalerweise weiter nach hinten gehört. Das ist jetzt anders. Wir gehören da oben hin. Das haben wir nachweislich jetzt bewiesen. Spieler des Tages, Jan Schlaudraff. Mittlerweile ist er 33 für Hannover. Form von 15. Also er lebt da nochmal eine sehr, sehr gute Phase zurzeit. 3,0 in der Durchschnittsnote. Elm ist schon zum dritten Mal drin für die Bremer. Wie haben die denn gespielt hier? Die Werderaner. 2,0 gegen Gladbach gewonnen. Platz 8. Will ich gar nicht wissen, wie viel mal der Elm hier in der Elf des Tages ist, wenn Bremen wirklich mal anfängt gut zu spielen. Und das wirklich mal konstant zeigt und oben dabei ist. Wie wir es ja auch schon in den frühen 2000ern, mittleren 2000er Jahren schon gesehen haben. Nicht schlecht. Auch der Brödel, der zweite Spieler von Werder Bremen dabei. Schalke auch zwei mit Ralf und Benni Höwedes, unserem Weltmeister. Heinrich Kittel zum ersten Mal drin. Der Rechtsverteidiger, den wir ja oft schon mit Steffen Lang verglichen haben. Michael Fitztum. Nürnberg linke Seite. Das ist so ein Spieler, der könnte eventuell interessant sein. Der hat eine 79. Der kann natürlich das Ding hier spielen, aber man müsste eintrainieren. Ich habe nämlich was vor. Ich erkläre euch das gleich mal. 11,3 Mille. Fahrgabeabstieg. Das habe ich mir ebenso überlegt, dass vielleicht möglicherweise dann eine Klausel drin ist. Es nützt dir natürlich nichts, wenn es nur 100% ist. Und das heißt hier, leg 11,3 Millionen auf den Tisch, dann hast du ihn. Aber so wie über Volland vielleicht eine 50er. Oder vielleicht, wenn wir ganz viel Glück haben und der Manager von Nürnberg total dusselig ist, dann haben wir eine Nuller. Dann könnte man den Ablösse frei bekommen. Wir sind natürlich nicht die Einzigen, die da anklopfen würden. Aber du hast eben Argumente als Tabellenzweiter der Bundesliga und noch Europapokal-Teilnehmer. Wollen wir mal gucken, ob wir das nach der nächsten Woche immer noch sind gegen Liverpool. Aber ich kann ihn jetzt nicht ins Blickfeld nehmen. Muss ich gleich machen. Das muss ich gleich machen. Zwei Tore von Sua. Der hat schon 13 Tore gemacht. Wo holt der Dessert, der Junge? Der könnte mal ein bisschen hiervon übertragen auf die Realität, dass der mal anfängt für Hamburg-Tore zu machen, wie in Wirklichkeit. Das wäre doch was. Lasogga und Sua. Neues Traumsturm-Duo des HSV. Aber naja, das ist halt eher dann, glaube ich, Wunschdenken und Träumerei. 2,95. Das reicht für den Spieltag für Platz 3. Da haben wir auch schon gesehen, dass noch sowas an erster Stelle liegt. Aber naja, es waren zwar besser. Schalke ganz knapp und Hannover mit einem 3-0 souverän heute. In Kaiserslautern haben sehr viele Pässe gespielt hier. 404. Das waren die meisten Pässe des Spieltags. Und wir haben uns mit wenig begnügt. Mit Bremen zusammen. Man sieht aber daran, dass es nicht schlecht sein muss. Wenn du wenige Pässe spielst. Das heißt weniger, aber weniger als der Rest. Das passt schon irgendwie. 2. Statistik hier über die Saison gesehen der Teamleistung. 3,11. Das ist nach wie vor sehr, sehr dicht an den Bayern dran. Und ja, Dortmund haben wir gesehen. 3,82. Da geht es heute nochmal runter. Die besten Spieler. Timo trifft. Er hätte zwei Tore machen können, ja. Mein Freund. Also es ist nicht nur alles hier Eitel Sonnenschein. Aber na gut. Er führt das Ding an mit 19. Toren vor Petersen, der 18 hat. Manchukitsch scheint eine kleine Krise zu haben. Der trifft überhaupt nicht mehr in letzter Zeit. So kommt es einem vor. Mit 16 Buden hier auf der 3. Zusammen mit Katletz von Frankfurt. Dann Schuf, Hannover und Walsch mit Jadlade. Nicht getroffen. Im direkten Duell mit Schuf. Aber keiner der beiden. Und bei den Notenbesten sehen wir hier, wenn man zwölf Spieler einfach nur nimmt, die Sama gespielt hat. Also das sind seine zwölf Spiele. 2,46. Das ist klasse. Also da kommt nur noch annähernd hier die Bayern-Riege mit. Der Contento, Manchukitsch, Dante, die haben aber alle mehr Spiele gemacht. Hier Dante ist eigentlich im Prinzip natürlich der größte. Der hat 24 Spiele gemacht und hat mit 2,63. Wenn wir das jetzt mal nach oben ziehen, dann sehen wir das. 24, ich habe gerade gesagt, Dante hat nur 24. Wenn das natürlich dann so ist, dann ploppt er da auf. Wahnsinn. Wie alt ist denn der mittlerweile? Bestimmt schon so 32. Ja, ein Jahr älter noch. Dante, Bomfin, Costa, Santos. Hier haben wir so interessante Namen. Die Brasilianer, Portugiesen, wie auch immer. Ja, das ist natürlich in dem Alter ein Vorzeigeverteidiger. Wenn man normalerweise denkt, der wird langsam, der ruht sich jetzt ein bisschen aus und spielt vielleicht noch ein Jahr und dann geht er dann in die Heimat zurück, um da seine Karriere auslegen zu lassen. Aber bei ihm nicht. Also der gibt ja Vollgas wie ein junger Spund. Hat immer noch eine 82. Ist nach wie vor ein Nationalspieler für Brasilien, obwohl er nur 10 Spiele gemacht hat. Bisschen komisch, das Ganze. Aber ist ja nicht so einfach mit Thiago Silva und David Luiz da in die Innenverteidigung, Stamm-Innenverteidigung reinzurücken. Bei 25 Spielen haben wir Jonas ganz oben. Bester Torwart der Liga und insgesamt auch bester Feldspieler. Logischerweise, steht ja auch auf dem Feld. Timo auf der 6. Der ist der beste Feldspieler, wenn man die Torhüter wegnimmt. Vor Mats Hummels. 2,88 in der Durchschnittsnote. Ich hoffe, das war heute mal so ein Tag, den er sich genommen hat, wo er mal nicht so positiv war. Natürlich hat er getroffen. Er hat das ganz wichtige Ausgleichstor gemacht. Und vielleicht jetzt gegen Liverpool holt er das nach, was er etwa pennt hat. Er hat ja ein Tor im Prinzip gut, wenn man so möchte. Er ist immer ganz bitter. Also ich denke mal, wenn es jetzt ein Spieler ist, der ein bisschen jünger ist, wo das Selbstvertrauen noch nicht so da ist, der könnte durch sowas zurückgeworfen werden. Durch so eine Situation. Dass er vielleicht anfängt, an sich zu zweifeln. Aber ich denke einfach mal, dass bei Timo wir da nicht Angst haben müssen. Dass das so eine negative Reaktion dann auslöst. Younes ist immer noch verletzt. Ja, 5 Wochen. Natürlich, ich habe es eben gesagt. Wir haben profitiert, dass bei Dortmund eben nicht die großen Stars, die großen Leistungsträger dabei waren. Ivan Reus habe ich genannt. Younes habe ich sogar noch vergessen. In der Aufzählung. 5 Wochen. Also das ist natürlich jetzt nicht nur für heute. Der wird die nächsten Spiele auch noch fehlen. Also Stichtag, 29. Spieltag vielleicht, 30. So in der Richtung. Dann kann Dortmund wieder mit ihm planen. Ist nur die Frage, ist es dann zu spät? Jetzt müssen sie auch noch Schmelzer ersetzen. Der hat sich gegen uns die Gelbe geholt. Müssen sie den auch noch ersetzen im nächsten Spiel. Also das sind dann schon 3. Einer aufgrund einer Kartensperre, die anderen aufgrund Verletzung. Und St. Pauli haben wir die hier drin? Jansen, Günther für Lautern. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung, dann können wir mal in die Woche starten und sehen hier die Bewertung der Wintereinkäufe. Wir haben nichts gemacht. Logischerweise, es war überhaupt nichts nötig.